Herzlich Willkommen zu diesem richtig geilen Video. Da seht ihr den Flo und mich und den Prüfer Paul haben wir auch noch dabei. Was machen wir heute? Wir gehen auf den höchsten Gipfel der Rottstätte Dauern auf und sind gerade bei der Abfahrt. Wir fahren ins Ödenkor. Einfahrt ungefähr 50 Grad steil. Da unten ist der Paul und einen richtig feschen Pulver haben wir. Viel Spaß mit dieser besonderen Tour. Der Wipfel spüren wir. Starker Wiener Buh. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 fürs Ausmond & Glau Gym Wir stehen da jetzt am Eingang der Hölle, die Szenerie ist brutal hinter mir, hinter meinem Kopf, der Köstsack, und da oben das wunderschöne Weiße Eck. Schauen wir mal, was wir heute so angängen. Da kommt der Pulverbalder her. Hier oben hat leider der Wind gearbeitet, aber zum Fahren geht es schon. Die Windprüfer. Ja. Fucking cool in der Mountain. Die Windprüfer. Die Windprüfer. Die Windprüfer. Die Windprüfer. hinter uns und jetzt geht es aufs weiße Eck zur Abherz, frei, wunderschöner Ausblick, hohe Dauern und schaut euch das einfach an. Sensationell, der Gipfel. Ich bin gerade der glücklichste Mensch auf dieser Welt. Es ist so schön, so gewaltig. Wow, fulperig. Klassisches Spitzkerngelände sagt man da dazu. Servus, fulperig. Klassisches Spitzkerngelände Klassisches Spitzkerngelände Klassische Spitzkerngelände Da ist es jetzt zum Fußgehen durch die Felsen durch. Da kommt der Paul gerade raus und da sind wir runter und haben da einen Spur angelegt. Die anderen sind halt da runter. Perfekt. Ja, schön ist es da. Super. Und die Berge ist es schon schön. Es ist ein Traum. Wahnsinn. Ja, war. Superbar. Ja, schön. Ja, schön. Ja, schön. So, der Kerl vom Weisseck herum, wieder einmal höchste Gipfel, Rottstätte Dauern, und ein wunderschön Endraum. Ja, ziemlich coole Geschichte, es schaut nicht so schlecht aus, wir probieren das Ödenkör und damit ist es ein richtiger Klassiker heute, also haltet euch fest. Klassiker, Klassiker, Klassiker. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ja, voll Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wow! Woohoo! 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 Akkubetsu! Woh! Woh! Oh! Let's go! Let's get him! Ha! 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 Meine Zähre ist los! Du hast Schwimmflossen! Deine sind Flossen-Ski! So, der Fahrer hört sich dahin, der Pulverpaal. War wieder eine gewaltig fesche Tour mit ihm. Super war es, ja. Öden ist sowieso richtig lässig. Der Schnee oben ein bisschen durchwachsen, der Einfahrt 45 bis 50 Grad steil. Da darf nichts passieren. Der Rest aber musst du teilweise ein bisschen durchsuchen. Das war auch nicht so einfach. Bei Sekte Tour maximal 40 Grad steil. Ich habe ein anderes Video gemacht, das verlinke ich euch unten. In der Beschreibung schaut euch das an, da habt ihr auch Informationen. Wenn ihr so eine Tour mal machen wollt und nicht wisst, ob ihr das drauf habt oder ob ihr das selber machen könnt oder nicht. Dann, der Pulverpaal, der kennt die Tour perfekt. Unten verlinkt, nehmt Kontakt mit ihm auf und da kriegt ihr auch richtig geile Fotos. Wenn ihr Fragen habt zur Tour, unten eine ins Kommentarfeld. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Kanal abonnieren, graue Glocken aktivieren. Und ich sage, Bergheil bleibt's geil und der Wiener sagt... Servus. Servus die Wadl. 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 Vielen Dank.